Ich weiß gar nicht, was ich zu einer solchen Ungerechtigkeit sagen soll. Warum werden denn gleiche Menschen, aber jeweils anderen Geschlechts, nicht auch gleich bezahlt? Das ist ein Unding. Und wenn ich auf meine Uhr gucke, haben wir tatsächlich schon 2019. Natürlich brauchen alle die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Männer wie Frauen. Frauen wie Männer.